Einen herzlichen Glückwunsch auf das Heftigste zum 10-jährigen Jubiläum des Kinderpalliativzentrums in Datteln bei der Festischen Jugend- und Kinderklinik. Sendung aus Herne und für die FDP. Ich bin Thomas Nückel, Landtagsabgeordneter und ich finde es toll, dass vor allen Dingen auch viele Ehrenamtler bei euch mitwirken und damit auch zum Erfolg beitragen. Ihr wart ja die Ersten eigentlich vor 10 Jahren, nicht nur Nordrhein-Westfalen, sogar europaweit und ich wünsche viel Erfolg für die weitere Arbeit.